Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Sonntag, der 17.11.2019 um 7.03 Uhr. Ich bin 6.40 Uhr aufgestanden, war jetzt im Bad, bin noch ein bisschen müde, werde gleich auch noch im Bus ein bisschen schlafen. Ich fahre heute nach Dresden zu Arni und Buff und helfe beim Umzug aus der kleinen Wohnung in die größere Wohnung. Ich weiß gar nicht, wann es genau losgeht. Ich bin irgendwann um 11.00 Uhr in Dresden und werde dann bis 17.00 Uhr zur Verfügung stehen, zum Tragen von Dingen, zum Aufbauen von Schränken, was auch immer da ansteht. Handwerklich bin ich immer noch nicht sonderlich begabt, aber wenn man mir eine Anleitung gibt, sollte das schon funktionieren. Oder wenn ich nur irgendwas halten muss oder so. Ja, ich fahre wie gesagt jetzt gleich mit einem Bus zum Bus, zum Südkreuz, 7.35 Uhr, also in 31 Minuten kommt mein Bus, dann fahre ich zum Südkreuz und dort fährt um 8.20 Uhr der Flixbus. So alles funktioniert nach Dresden, das heißt, ich werde dann um, wie gesagt, irgendwas gegen 11 Uhr da sein und dann bis 17.30 Uhr und um 18 Uhr fährt mein Bus zurück nach Berlin. Das heißt, der Sonntag geht heute komplett für den Umzug drauf. Ich weiß gar nicht, ob Michi schon fertig ist mit seinem Umzug oder ob sich das über mehrere Tage verteilt. Ich müsste ihn nachher mal eine WhatsApp schicken, mal fragen, wie es ist. Der ist ja in ein Haus eingezogen. Ich glaube, gestern war der große Akt, glaube ich, weiß ich aber nicht. Ja, ansonsten, was haben wir gemacht? Gestern habe ich ein bisschen gestreamt, vier Stunden Spider-Man gespielt, war wieder sehr schön. Spider-Man ist immer wieder eine schöne Sache, wird immer aufregender, also in der Form, dass es immer mehr auf die Fresse kriegt. Man kann sich keinen Meter bewegen, ohne dass jemand auf einen schießt oder einen schlägt oder was auch immer. Aber das ist der Situation, in der sich die Stadt New York momentan befindet, geschuldet. Und dann habe ich vor und nach dem Stream noch ein bisschen Red Dead Redemption gespielt, habe die ganzen Sammelsachen gemacht für den Sammler, bin jetzt mittlerweile das Maximallevel bei Sammler, Level 20 oder so. Ja, und habe halt einfach mal 2500 Dollar gemacht mit der Abgabe von verschiedensten Sets aus Tarotkarten, Pflanzen, Alkohol, was nicht alles gibt. Und werde das demnächst dann wieder tun, damit ich halt richtig viel Kohle habe, um mir Sachen zu kaufen. Ich habe mir, nachdem ich ja jetzt kürzlich erst den Spaten gekauft habe, um Sachen auszugraben in Red Dead Redemption, habe ich mir ingame diesen Metalldetektor gekauft, der so ein bisschen aussieht wie eine Lampe. Und dann habe ich für mein Pferd vorne eine Lampe gekauft, damit man immer Licht vor sich hat, auch nachts, wenn man reitet, richtig gut. Und was habe ich noch gekauft? Irgendwie ein zweites Holster und ja, ich glaube eine zweite Pistole, was man halt so braucht im Wilden Westen. Naja, ich bin gespannt. Jermaine kommt heute Abend, glaube ich, wieder zurück nach Berlin und vielleicht können wir ja morgen am Montag ein bisschen zusammenspielen. Mal kicken, wie er Zeit und Lust hat. Gut, das ist es von mir. Ich mache mich jetzt gleich fertig und dann geht es ab nach Dresden und morgen am Montag habe ich frei. Also erwartet nicht allzu früh einen Stream, Stream, doch einen Stream auch, aber nicht allzu früh einen Vlog von mir, denn ich werde morgen im Gegensatz zu heute ausschlafen. Gut, also habt einen wunderschönen Sonntag. Wir lesen uns zwischendurch bestimmt irgendwo im Internet. Bis dann. Tschüss.